So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Ihr seht, Pügelgegnern schaden zu bei Hunter 7, dem Obstgarten oder Retail. Ihr seht hier die drei Punkte markiert. Einfach das Ganze im Solo-Modus. Oder macht es auch von mir so Kuppenkeile. Aber das hat natürlich ein bisschen mit Glück zu tun. Ich würde es einfach im Solo-Modus machen. Das Ganze eigentlich bei Hunter 7 würde ich jetzt hingehen. Da fliege ich jetzt auch hin. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es in einer Runde hin. Eben bin ich da gelandet wegen den Obstgeschichten. Und hatte direkt 5 Kills. Also, wenn ich Glück habe, kriege ich es nochmal hin. Wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, gerne einen Creator-Code eintragen. Yt-Family-Hack. An den... Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Gott, immer noch nervös bei Aufnahmen. Und das, obwohl ich schon so lange dabei bin. In Anführungszeichen. Weil die meisten gehen natürlich jetzt gerade dahin. Weil wir haben den Server da. Jetzt weiß ich auch, dass wir den Schaden da machen müssen. Und des Weiteren sind halt noch die Früchte da zu machen. Ich lande auch hier bei der Kiste. Weil die meisten fliegen halt direkt zu den Früchten. Und natürlich zum Server. Ja, ihr seht schon, da hinten, die tümmeln sich nämlich jetzt da. Weil ich kriege natürlich eine beschützende Waffe schlecht hin. Aber, warte mal gucken, ob das Ganze zählt, wenn ich bei dem... Ob die Bots schaden mag. Ja, seht ihr, ob die Bots schaden machen zählt auch. Also eigentlich eine ganz entspannte Aufgabe. Also definitiv Hunter's Heaven landen. Das ist das Ganze ganz easy zu schaffen. Müsste eigentlich doch schon geschafft sein, oder? Ah, da seht ihr es schon. Also, ganz entspannt. Wenn ihr hier oben landet, ist glaube ich die beste Variante. Ihr seht, da sind sie alle am rumfighten. Ich habe keine Munition mehr. LOL. Also, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Gern ein Like da lassen. Gern ein Abo da lassen. Und in dem Sinne sehen wir uns vielleicht schon bei der nächsten Aufgabe. Und haut rein! Ciao! Vielen Dank.